Unser Supersonic Turbo ist ein unverzichtbarer Küchenhelfer ohne Strom. Hier drin kann ich wirklich Supersonic mäßig Ultraschall schnell schneiden. Und zwar in nur 15 Sekunden mit 288 Schnitten werden Kräuter, Nüsse, Schinken, Zwiebeln, Knoblauch und viel, viel mehr geschnitten. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe hier meinen Unterteil und das Besondere ist natürlich dieses Messer. Das Messer ist leicht gebogen und geschwungen, das heißt größere Teile, zum Beispiel eurer Zwiebel, werden immer wieder nach unten gedrückt und dann super fein geschnitten. Der Oberteil hat eben diese Zugschnur. Ich setze das Ganze mit einem Pionettverschluss auf und verschließe es dann und kann dann eigentlich schon loslegen. Wichtig, wenn ihr an der Schnur zieht, immer zur Seite ziehen, nicht nach oben, nicht nach unten ziehen, damit diese wertvolle Schnur nicht beschädigt wird. Und auch immer ein bisschen drauf schauen, nicht zu lang ziehen, außer ihr wollt Babybrei, meine Lieben. Wie reinige ich das Produkt? Das Messer bitte immer mit der Hand reinigen. Der Unterteil darf in den Geschirrspüler und diesen Oberteil kann ich relativ einfach zerlegen. Ich habe hier einen roten Knopf, den drücke ich mit dem Daumen, mit der anderen Hand, halte ich den roten Teil fest, drehe ihn nach vorne und kann ihn dann so auseinanderziehen. Der weiße Teil darf in den Geschirrspüler, der rote mit unserer Zugschnur bitte nicht. Ein wirklich großartiges, perfektes Produkt, das euch die Arbeit in eurer Küche erleichtern wird. Jetzt neu im Katalog bei TaboWare.